Pressekonferenz nach dem Spiel in der achten Runde der Tipico Bundesliga zwischen dem FK Austria Wien und dem Spuso SK in St. Pölten. Bei mir unser Cheftrainer Robert Ibertsberger. Robert, wir haben doch ein Spiel gesehen mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Am Ende gab es mit 1 zu 1 eine Punkteteilung. Wie fällt dein Resümee zum heutigen Spiel aus? Aufgrund der verschiedenen Halbzeiten muss man trotzdem sagen, es waren zwei nicht verlorene Punkte. Ich glaube, das war eine gerechte Punkteteilung. Grundsätzlich hätte man trotzdem das Spiel gewinnen können, aber heute Ware bringt uns jetzt nichts. Das Auftreten war auf jeden Fall um einiges besser als das letzte Spiel gegen Wattens. Das stimmt mir auf jeden Fall positiv. Speziell auch in der ersten Halbzeit, wie wir das Spiel dann mehr und mehr unter Kontrolle gebracht haben, auch unsere Torchancen dann kreiert haben. Es waren zwar nicht so viele, aber es ist trotzdem wichtig, dass du zu Torchancen kommst und dann speziell in der zweiten Halbzeit, diese Passivität, die hat mir dann weniger gefallen. Natürlich war die Austria dann auch offensiver, intensiver auch unterwegs und da sind mir zu sehr in die Passivität reingefallen. Also sprich, wir waren zu tief dann im Verteidigen, zu wenig nach vorne verteidigt und ja und dann hast du natürlich sehr, sehr weite Wege zum gegnerischen Tor, obwohl auch ich glaube zwei oder drei sehr, sehr gute Einschussmöglichkeiten auch in der zweiten Halbzeit da waren. Die musst du halt dann auch nutzen. Wenn schon die Austria die eigenen Torchancen nicht so nützt, dann musst du selber schauen, dass du als Auswärtsteam das zweite Tor nachlegst, weil dann glaube ich, kann das schon ein gewisser Knackpunkt sein für die Heimmannschaft und das haben wir leider nicht geschafft. Zu viel gebetelt um diesen Ausgleichstreffer, der dann leider gefallen ist und ja von dem her gerechte Punkteteilung, aber es war schon eine gewisse Enttäuschung auch da, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Spielern, was ich sogar eh wieder positiv sehe, wenn ich in Teich bin und bei der Austria nur einen Punkt mitnehme, unter Anführungszeichen. Vielen Dank, ich darf um eure Fragen bitten. Ja, das werden wir noch näher betrachten. Wir müssen das Spiel auch nochmal anschauen, ist auch klar, aber ein Fakt ist, dass sie einfach das Ganze so praktiziert haben, dass sie einfach die Halbspur und die Außenspur doppelt besetzt haben. So haben sie einfach unsere Außenverteidiger mehr gebunden, die weniger nach vorne dann attackiert haben. Ich glaube schon, also nochmal, ich muss das Spiel auch anschauen, aber du hättest doch mehr durchsichern können und mehr nach vorne verteidigen müssen dann mit den Außenverteidigern, dann wirst du nicht so passiv. Kann sein, dass so Angst vor dem Greener oder wie auch immer man das nennen will, vielleicht aber, aber da muss man die Spieler dann selber fragen, also das ist für mich schwer zum Hinterfragen. Aber Fakt ist, dass es trotzdem nicht passiert, wenn der Gegner noch offensiver und intensiver auch, das hat man trotzdem immer gemerkt, mit der Läufe in die Tiefe dann agiert, muss man trotzdem auch die Bälle in die Tiefe dann besser nach vorne verteidigen und da haben wir uns einfach zu sehr speziell in die Mittelfeldreihen dann auch nach hinten ziehen lassen. Und wenn du da nicht nach vorne verteidigst, wirst du immer tiefer, tiefer, tiefer und dann wird es halt sehr, sehr eng die ganze Sache. Bernhard? Im Gegensatz zu einer Wartenspartie hat man einen anderen Spielaufbau gewählt, denn von Korn her, die man zurückbezogen hat. Waren das immer die Lehren daraus, dass sich da überhaupt nicht so äußern hat, dass es im Wartenspartie nicht im Spielaufbau gibt? Nein, das ist schon immer wieder auch der Plan, wenn du gegen zwei Stürmer einen Spielaufbau gestaltest, dass du mit dem Peter oder sprich der Sechser immer wieder abkippen soll, liegt natürlich immer wieder in der Entscheidung des Spielers auch, wo sie einfach das Gefühl entwickeln sollen, ist es ein Muss oder weniger. Und heute hat es einfach mehr und besser funktioniert, weil die Stürmer enger gearbeitet haben bei der Austria und durch das bringst du die IV nachher im Dreiaufbau schnell über die erste Verteidigungslinie der Austria und von dem her hat es viel mehr Sinn gemacht. Grundsätzlich glaube ich allgemein, dass das Spiel mit Boy einfach besser war und sicherer war. Und das war einfach für uns wichtig und an dem haben wir auch gearbeitet, dass das wieder besser wird, weniger technische Fehler passieren. Und das war auf jeden Fall wieder ein guter Schritt nach vorne. Ja, ich glaube, dass das an der Klasse nicht liegt, weil man sieht, was Hugi und Alex Schmidt schon für ihr Torerfolge gehabt haben. Ich glaube nicht, dass es an der Klasse liegt, sondern erstens liegt es an der technischen Ausführung und dann gibt es natürlich im Tor auch noch jemanden, der das verhindern soll. Und das hat er, glaube ich, ganz gut gemacht. Der Patrick, ich habe die Chancen noch nicht gesehen, nur live. Und ich glaube, im Nachhinein, wenn man sich das anschaut, hat er sicher sehr, sehr gut reagiert. Aber natürlich kann und sollte man auch eine dieser Großchancen auf jeden Fall nutzen. Speziell bei der Austria, wenn du nach 1-2 nicht vorne bist, tust du das sicher leichter. Weil dann müssen sie noch mehr aufmachen und du kriegst vielleicht noch mehr Räume. Aber nochmal, es hätte die Ware, bringt uns jetzt nichts. Positiv ist wieder, dass wir mehr Torchancen gekriegt haben, wie im letzten Spiel. Und das ist auf jeden Fall wieder der richtige Schritt in die Richtung, wo wir hinwollen. Und jetzt geht es wieder um das, dass wir es mehr ummünzen. Das nächste Spiel wird ja nicht leichter. Aber da müssen wir auf jeden Fall wieder einen gewissen Mut zeigen. Nach vorne arbeiten und wenn du gerade gegen Salzburg zu passiv wirst, dann glaube ich, kann es schlimm ausgehen. Gibt es noch Fragen? Offensichtlich keine mehr. Das freut mir, dass ich so eine Frage sehe. Das ist echt gut. Und schönen Rest Sonntag noch.